Wir brauchen eine transparente Verwaltung, um Politiker kontrollieren zu können. Geheimverträge lehnen wir ab. Prävention und legaler Vertrieb helfen Missbrauch vorzubeugen und Kriminalität zu vermeiden. Kinder wachsen auch mit zwei Vätern oder Muttern behütet auf. Die S-Bahn soll Menschen durch Berlin und nicht Gewinne anfangen. Um Netze sicher gegen Zensur zu machen, müssen sie in Nutzerhand liegen. Deshalb bauen wir sie selbst. Piraten. Auf deinem Wahlzettel ganz unten.